Ah, keine Absicht. Ja, mit der Mumie. Na ja, damit. So, ich würde mal sagen, ich muss hier lang gehen. Super. Och, Mann. Weißt du, überlegt er sich gerade dann einen Schritt zu machen, wenn ich auf ihn schieß will? Oh, verdammt. Ich lebe hier wieder. Zack. Bam, 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 bam. Krittischer Treffer. Und noch einer, und noch einer. Und Wache ist da her. Ja, scheiße, da ist eine Sekunde zu früh gestorben. Scheiße, war das knapp. Scheiße, ich glaube, das... Doch noch geschafft. Sehr schön. So. Ach, du bist schon fertig. Sehr schön. Ich bin auch gleich soweit. Ich habe hier gerade nur noch ein paar Feindprobleme. Bam, bam. Oh, fuck. Verdammt. Ich war ja schon so oft tot. Och, nö. Das ist scheiße. Oh. Was haben wir denn da? Ich glaube, wir haben eine... Wo ist denn hier die... Da. Ach, verdammt. Jetzt bin ich hier bei dir. Shit, shit. Ist auch nicht wirklich schlimm. Wieder verrecken. Ach so, soll ich... Brauchst Hilfe? Ah, nee. Ich hoffe nicht. Sorry. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Mal zusehen, dass ich hier auch mal ans Ziel komme. Oh, fuck. Brauching Tiger. Fuck, verzickt er sich dahinter so ein... Stein, denk. Felsen, verdammt. Und ist mir das nicht eingefallen. Wer ist tot? Ich. Oh, scheiße. Bernd das Boot. Bernd das Boot. Nein. Nein. Und, weil es so schön war, gleich nochmal nach unten hier. Yay, nur 5.000. Nur 5.000. Wahres Schnäppchen. Hä? Habe ich jetzt dein Auto oder was? Kann sein, weiß ich nicht. Nee, das ist dein Auto. Damit bin ich nur zu mir gefahren. Ich habe dein Auto geklaut. Ich habe den ganzen Weg wieder mit dem Auto, das ich gerade geklaut habe, so gefahren. Oh ja. Alter, willst du mich verarschen? Wir sterben. Zack, würde ich mal sagen. Und... Boah, ey. Munition aufsammeln. Geld aufsammeln. Noch mehr Munition. Kann man nicht genug von haben. Oh, und Waffenschrank. Das ist doch gut. Ich glaube, diesmal spawnst du hier bei mir. Oh, Raffe. Okay, draufschießen. Geh zurück zur Pipeline und bring dein Fahrzeug mit. Ich habe eine Idee. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Na dann. Oh, klasse, mehr Feinde, yay. Kost, Granaten, ihr Spacken. Achso, jetzt hätte ich dich gerade wieder belegt. Sehr schön, hier sind wir fertig, das heißt, wir haben die Pipeline mit einem Fahrzeug. Uh, darf ich das machen? Das klingt nach Spaß. Also darf ich fahren. Juhu. Sorry, das muss ich einfach machen. Fahr ruhig, ich teleportier mich. Juhu, das ist hier eh nur ein Katzensprung weit weg. Ein Kackensprung? Ein Kackensprung, genau. Hey, wie soll ich den Scheiß denn rammen? Okay, das heißt aussteigen wieder, das war's schon. Das war's, wo der Krieger begraben ist. Super. Okay. All die Säure, plops. So. So. Warte. Und schon bist du tot Verdammt, wieder Waffe Alter, ich hab mich gerade selbst mit meiner eigenen Waffe gekillt Ich glaube, es hakt hier, Leute Fuck Bam Schieb ab Du stinkst Und Tschüss Ich geh mal nach oben Und versuch wegzusnipen Was geht, aber Alter, genau Erstmal mir hier aufs Maul gehen, ne Jetzt könnte ich eventuell etwas Hilfe gebrauchen Ne, doch nicht Schaffe ich doch so Schaffe ich doch noch so Okay, cool Eine Waffen Äh, Munitionskiste Das ist sehr gut Medikits sind immer gut Und volla Hier ist noch irgendwas, was hier rumfliegt Glaube ich Alter Moment Money, money, money Jetzt weiter Ich hab bis jetzt nur 20.000 verloren seit wir hier sind Ach, nur Ja, sieht so aus, als wären das die Arid Badlands Ja, ne Arid Nexus Badlands Hat sich hier natürlich verändert Alles Ja, das kennen wir doch Das kennen wir doch hier Oh, verdammt Erstmal hier Firestone säubern Sehr subtil Alter Die bringen mich voll schnell down Aber die halten nicht viel aus Badass Rang 50 Sehr gut Oh, das schwarze Brett Oh, ne Blume Onkel Teddy Blut ist dicker als Wasser Und lerne Jack kennen Kenne deine Feinde Ist das nicht die Mikro-Mans, oder? Sieht so aus, ne Aber die heißt anders Ja, aber sonst Der Kopf ist derselbe Ja Das ist nach etwas, das ich verwenden kann Um seinen Tod zu rächen So Du musst in das geheime Labor meines Onkels Suche Ich hänge Nee, komm Ah, das ist von TK Baha Wahrscheinlich die Tochter Ne, der Die Neffe Scheiße So ist das Geilo Ja, das ist Sehr nostalgisch Hier alles Doch, doch Ich komme Ich weiß aber nicht, ob ich es rechtzeitig schaffe Ich glaube, ich schaffe es auch Nein, das Nachladen dauert zu lange Scheiße Oh Mann, ey Scheck Alter Schieb ab Ach ja, hier Ähm Wie heißt er noch gleich Dr. Z Oh, was liegt hier denn auf dem Dach rum Enthülle die Geschichte von Dora Arbeiter wird geworkelt, dass unsere Erypium-Förderung angeblich diesen Planeten verpflichtet Ich vermute, ihr sagt, das weil die meisten von euch nicht gesehen haben, die Pandora außer der Vogel Kann da mal die Fresse halten hier, der scheiß Bobo Wo ist denn der Spacken da? Scheiße Alter, wie geil hier die Roboter aussehen Voll so aus Autos zusammengebaut und so Geile Sache So, wie kommen wir denn hier durch? Ich will da rein Da ist ne Waffenkiste und ein Medi-Automat Stromkabel Stromkabel Der ist dahinter Kommst du alleine gerade klar? Ja Nein, verdammt Egal, so geht das Nice Level up Sehr schön, wir können jetzt auch Medi-Dings hier nutzen In Dr. Zed's Hütte Und da ist auch ne Waffenkiste